Jo, Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Aufnahme auf meinem Kanal. Heute habe ich mir mal eine kleine Sache überlegt, und zwar nehme ich heute ein bisschen Overwatch aus, aber ohne dass ich was sage, das heißt, ich werde mich heute hauptsächlich konzentrieren, dass ihr mal seht, dass ich auch gut in dem Spiel sein kann. Und genau, diese Aufnahme ist by the way free to use, das heißt, jeder kann sich dieses Video runterladen und in seine Videos einbauen. Ich würde sagen, let's go. So, und am Ende gibt es noch ein Lootbox-Opening und ein Highlight des Spiels. Oh Mann, ist das abgefahren! Angreifer in 30 Sekunden erwarten. Ziele erfasst. Jetzt wird jetzt ab! 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer näher, verteidigen Sie sich um A. Die Entfernen ab! Die Entfernen scheinen Sie sich um A. Die Entfernen sind hier. Die Entfernen. Die Entfernen sind nicht mehr. Die Entfernen sind auch gelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Macht euch auf einen gewaltigen Schock! Du hast eine Weltverstörungsthekeleinheit. Wiederum gehen. Jetzt weißt du mir den Tod an! Fiberiere biophischen Kämpfer. Gah! Gah! Macht gut, Schösschen! Arme! Arme, das ist ein Kissen. Nein, hier geht es. Klapp alle mit zwischendurch. Das ist geil. Das war's für heute. Ja, das war jetzt nicht gerade die beste Runde, aber wie man schon gemerkt hat, das habe ich besser gespielt als in den anderen Aufnahmen. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch eine Aufnahme mit Commentary, also sprich, ja, ich rede jetzt während der Aufnahme und genau, dann würde ich sagen, bis in die Runde. Also, prallt da. Bomm, Junge. Bomm, Junge. Ja, ja, ja. So, da sind wir auch schon in der nächsten Runde Ähm Ich wurde scheinbar gerade in eine laufende Runde Reingeportet Also nicht reingeportet, aber ihr wisst was ich meine Ähm, reingezogen Die werde ich dann natürlich auch zu Ende spielen Na So Ja Und direkt gestorben Da merkt man ja schon wieder ein bisschen Dass ich direkt Ja Direkt ein bisschen an An Skill verloren habe Also in der letzten Runde hat man gesehen Ich habe sehr sehr gutes Gameplay abgeliefert Doch ja, man merkt Also ich merke jetzt schon, dass das nichts wird Ei Ich bin wieder kurz vor dem Tod Ich muss paniken und weg Ja Alles Alles klar, Digga Das kannst du keinem erzählen So, was ich Die Sache ist, ich sehe in meiner Aufnahme Zum Beispiel Die ganze Zeit Auch, dass ich Ähm Dass ich ein paar Frame Drops habe Deswegen mache ich mal so hier Zack Ich weiß nicht, ob die Aufnahme bis hierhin gelegt hat Denn wenn ja, dann Ja, das ist natürlich ziemlich doof Ja, perfekt Dann würde ich sagen, an der Stelle wäre es das für heute Ich weiß, die letzte Runde war zwar ein bisschen Naja, kurz Aber trotzdem würde ich sagen Ja Würde auch, würde ich sagen Recht ist für die Aufnahme Und dann würde ich sagen Sieht man sich beim nächsten Mal wieder Ähm Abonnieren Glocke aktivieren Like da lassen Und ja Dann würde ich sagen Sieht man sich beim nächsten Mal wieder Und dann würde ich sagen Ciao Leute Spielen wir hier etwa im Anfänger Modus Bis zum nächsten Mal wieder